So, hallo, wir machen weiter. Bei einer Runde Fortnite neue wöchentliche Aufträge, aber die haben wir schon gesehen, ne? Was das alles ist, insofern, da gehen wir natürlich rein. Trotzdem gucken wir uns auch die wöchentliche Quatsch, die täglichen Aufträge an. Die sind ja das Wichtige, weil 45k nimmt man da einfach mal schön schnell mit. Also, wir haben wieder die Zwei-Schuss-Rotflinte am Start. Markiere ein Sturm geben, okay, alles mal markieren. Ich werde wild durch die Gegend markieren. Oh, rüste ein Fahrzeug, okay, nur irgendeins, ist egal welches. Ich brauche nur einmal Geländereifen und einmal, äh, brauche ich, brauche ich Benzin. Okay, das, das macht überhaupt das, das kriegen wir problemlos hin, weil sowohl Benzin als auch Reifen sind bei Tankstellen meistens. Und Autos auch automatisch bei Tankstellen, also passt. Dann gehen wir einfach rein und gucken, wo uns das hinführt. So, Schlachtenbus kommt. Und wir legen dann auch gleich los. Okay, wir sind hier. Wir könnten fast mal bei unserem Bäumchen vorbeigucken. Da wäre eh gleich eine Tankstelle. Das ist gar nicht mal so eine Verkehrthidee, glaube ich. Ich hoffe nur, dass da jetzt nicht allzu viele mit hingehen. Aber wir werden es gleich wissen. Let's go. Gucken wir mal, wo wir landen. Gucken wir mal, wo wir landen. Ach ja, und da drüben wäre die Mission mit den Geysiren, ne? Vielleicht schaffen wir die auch noch mit. Das wäre ganz chillig. Jetzt ist nur die Frage, was sind hier... Ja, also da sind schon Leute im Fallschirm, aber ich hoffe nicht bei uns. Ich hoffe, wir haben etwas Ruhe. Jetzt gleich mal eine Waffe snacken. Gutkraut jäten. Sehr gut. Ach, dann wandeln die sich sofort. Oh. Good to know. Habe ich schon eine Zwei-Schuss-Schrotflinte eigentlich damit zufällig? Ne, ne? Noch nicht. Okay. Uh. Oh mein Gott, wir haben ganz viele solche Tränke. Das ist sehr gut. Dann nehmen wir den gleich auch noch. Das ist zweimal DMR, ne? Ja, okay. Gut. Saat-Kont brauchen wir jetzt nicht. Das passt. Okay. So, dann gucken wir mal. Hier wäre schon ein Auto. Da wären auch Reifen... Und tanken. Perfekt. Wir schaffen alles. Also einmal Reifen ran. Und jetzt noch betanken. Das ist hier hinten. Nein. Nein, 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 nein. Tanken, 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 tanken. Wird perfekt. Alles gemacht. Waffe wiederholen. Und Level ab. Gleich mitgenommen. Sehr, sehr geil. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So, Kassel plündern. Box plündern. Wo müssen wir eigentlich hin? Oh, wir sind sogar richtig. Das ist interessant. Okay. Schüsse aus der Richtung. Weiß nicht, ob ich die hören will. Die Frage, die ich mir jetzt nur stelle, ist... Erstens, wo ist die Kiste, die ich da höre die ganze Zeit? Ist die da oben? Herrschaftszeiten. Bin ich dumm? Oh mein Gott, ja. Alles gut. Ich bin einfach blöd. Einfach blöd. Alles gut. So, aber wir haben nicht die doppelte, ne? Ne, wir haben noch nicht die doppelte Schrotfländer. Also die Mission könnte ich aktuell noch nicht machen. Aber das ist nicht weiter wichtig. Ich würde fast sagen, wir machen einmal ganz schnell zu den Geysieren rüber. Die sind nämlich gleich da. Das sollten wir zeitlich noch schaffen. Wir fahren mal eine Runde mit unserem vollgetankten Auto. Wir fahren jetzt erstmal natürlich wieder der Dix entgegen. Ich weiß, ich weiß. Alles Taktik. Alles Taktik. Alles Taktik. So. Das geht gegen den Baum. Wir haben keine Zeit. Wir müssen direkt hier rankommen. Perfekt, da sind die Geysire Genau, das haben wir gesucht Und wann gehen die hoch? Jetzt Nummer 1 Ah, der wäre gerade bereit Ah, scheiße, okay Ich sollte einfach bei einem stehen bleiben, glaube ich Jetzt, jetzt, jetzt Ja, jawohl, Nummer 2 Problem ist, nur die Zone kommt Aber wir können ganz schnell weg, wenn die Zone kommt Einmal noch Und es kommt Yes Okay, die Zone ist doch noch nicht so weit Sehr gut 18 wirklicher Auftrag, oh mein Gott, wir leveln Wir haben schon 2 Level einfach jetzt 2 Level einfach auf die Schnelle Sehr, sehr gut, okay So Können wir noch einen wöchentlichen Auftrag irgendwie mit verbinden? Ich meine, wir haben hier, wir sind hier safe Da passiert nichts weiter Unkraut jäten wird jetzt so schnell nicht Oh, ich könnte mal gucken, ob bei dem anderen Setzling, den wir gesehen haben Der war da irgendwo, ob da noch Unkraut ist Und den Greifhandschuh hätten wir noch Okay, also wöchentliche Aufträge Ist nicht mehr so viel Die 2 Schuss und Ach, das Markieren habe ich Siehst, ich habe das Markieren vergessen Ich trottel Ich trottel, ich habe das Markieren vergessen Das ist nicht so schlimm Markieren kann ich doch oft genug Wo waren jetzt das andere Bäumchen? Wo war denn das andere Bäumchen? Da war ein Bäumchen Ist da was zum Jäten? Ist da Unkraut? Nein, da ist nur Dings Okay, da war jetzt nichts zum Markieren Was ich gebräucht hätte Schade Wenn wir noch mehr Bäumchen finden Oh, ähm Ist vielleicht nicht die beste Richtung Um zu fahren Wir fahren immer in die Richtung Ach da ist es Okay, hier ist es eh schon zu Ende Ja, witzig Okay, hier ist es eh schon zu Ende Ähm Habe ich jetzt gar nicht so explizit drauf geachtet Wo geht es dann hin danach? Okay, da haben wir ein bisschen Da haben wir ein bisschen Weg vor uns Da haben wir ein bisschen Weg vor uns Okay Dann fahren wir da doch schon mal hin Fahren wir da doch schon mal schön chillig hin Das Auto bleibt ja auch Das hat auch noch ganz viel Benzin Können wir mal kurz hier hochlaufen Oder mal da reingehen Hier ist einfach Oh! Wollte gerade sagen Hier ist einfach gar nichts Aber hier ist doch was Shit Lol Okay, tschüss Kommt der die Treppe hoch? Checkt der wo ich bin Oder was ist los? Ne, der läuft da unten lang Okay Ja, hier war leider Leider jetzt keine Waffe Wie ich mir das erhofft hatte Macht aber nix Ähm Yo Der kann einfach Ins Aul Okay So habe ich nicht gewettet Ist da der andere Typ gelandet? Aber mit 10 Sekunden zieht sich's eh zusammen Soll ich da noch hochgucken? Wir sind da ein paar Sachen zu markieren Das ist der Punkt Yes, wir haben alles markiert Nice Okay Okay Ey, es läuft einfach Okay Scheiße Was? Ich habe ihn mitgenommen Aber er mich auch Oh, wir haben uns gegenseitig erledigt Okay Immerhin Immerhin Yo Wir haben zwei Level Ups durch Allein diese Runde bekommen Zwei Level Ups allein nur durch diese Runde Das war sick Das war richtig Das war richtig sick Nehmen wir eigentlich auf? Ja, okay Ey, wenn wir bei mir Weiß man's ja nie So Sehr schön Einen täglichen Auftrag hätten wir noch Entweder nochmal die Zwei-Schuss-Schrotflinte Das haben wir noch nicht Und jetzt Ah, okay Einfach Schaden zufügen Während man auf Wildtieren reitet Läuft auch automatisch Pflanze ein Realitäts-Setzling Oder rufe einen herbeirufen Okay Was ist herbeirufen? Wie kann ich einen herbeirufen? Okay, keine Ahnung was herbeirufen ist Ähm Gut Wir gehen einfach rein Wir sehen uns gleich wieder So Bus kommt Bus fährt hier lang Ähm Ich wüsste jetzt gar nicht Spezielle Spezielle Aussteigungen Haben wir eigentlich nicht unbedingt, ne? Eigentlich haben wir keinen speziellen Ausstieg jetzt Gerade Wir könnten Wir könnten wieder zu unserem Setzling Aber das ist der Ja, das ist jetzt alles sehr nah Das ist jetzt alles sehr nah Das ist, da will ich jetzt nicht hin Ausnahmsweise mal Hm Oh, ich weiß nicht Komm, wir gehen mal da rüber Wir gehen mal da rüber Wir haben eigentlich gerade Also wir können eigentlich einfach mal ganz normal spielen Wir haben eigentlich gerade Oh, scheiße Will der da auf dem Dach landen Oder wo will der hinfliegen? Ist nicht gut hier zu landen Das war böse knapp Gut, dass wir gleich Bandagen gefunden haben Oh, und gut, dass wir in der richtigen Ecke sind Optimal Wie Konditionen Achso, ich kann mit Bandagen nicht weiter als die gehen Oh Das ist natürlich schlecht Das ist natürlich ganz schlecht Oh, das ist allerdings sehr gut Den nehmen wir gleich Ah, die ist da oben Okay Zwei Schuss Schrotflinte Dich brauche ich Genau dich brauche ich Allerdings nur für die täglichen Missionen Also wenn die täglichen Missionen durch sind Brauche ich sie schon nicht mehr Ja, wo ist denn jetzt dieses Ach hier Jetzt sehe ich es auch Oh, nice Perfekt Noch so einer Okay Also mir gefällt fast die tägliche Mission besser Mit dem hier Einfach auf Tieren Schaden zufügen Das fühle ich mehr Das scheint mir auch leichter zu gehen Ist das ein Greifarm? Oh yes Okay Dann haben wir gleich die nächste tägliche Mission drin Äh, täglich nicht, wöchentlich Gebäude zerstören müssen wir nicht mehr Sonst würde ich jetzt hier meine Glühwürmchen wieder loslassen Ähm Die ist da unten, wa? Okay Uh Aber da gehen wir nochmal rein Wie auch immer ich da rein soll Ähm Ja klar Wie kommt mir ein Fortnite hier nur rein? Ich weiß auch nicht Nein So will ich das machen Genauso Und nochmal Sehr schön Okay Ja, dann machen wir doch eine Runde mit dem Greifarm hier Wie viel muss ich zurücknehmen? Ich weiß es nicht Aber man kann einfach ein bisschen rumschwingen Hui Hui Oh mein Gott Das ist ja episch Ach, scheiße Hat jemand geschossen? Ja Ach, da drüben Okay, aber der ist jetzt nicht so Nicht so bewandert, was das Schießen angeht Aber da ist noch einer gewesen, oder? Scheiße Nice Dann haben wir nämlich den täglichen Auftrag mit der Doppelschrotflinte der Dings gemacht So, hat mich zwar ordentlich gekostet Aber was soll's Na? Was soll's Okay Eigentlich wollte ich nur eine Runde schwingen Überlegen Oh Gott, das ist übertrieben episch Das ist schon echt cool gemacht Ist auch wieder Party Aber nicht, dass man sie sehen würde, die Party Na komm, dann schwingen wir noch eine Runde Okay Okay, vier von fünf Äh, vier von fünf Vier von zehn Hui War das fünf? Nein, es hat nicht gereicht War nicht weit genug Scheiße Oh, ich seh da was Das holen wir uns doch gerne Na gut Oh, da ist noch eins Das nehmen wir uns doch auch gerne mit Wo kommt das Auto her? Ich hab Auto gehört Kein Auto Oh, wir sind okay Doch, nicht Wir sind gut Wir sind gut Ich dachte, wir sind woanders Alles gut Wir sind super Wir sind richtig super unterwegs hier Soll ich Was nehme ich jetzt? Äh, warte Wir machen das so Und Ja, genau So ist es richtig Jetzt können wir uns noch kurz austauschen So Perfekt Weil davon haben wir jetzt 31 Schüsse So, das ist schon ein bisschen was Es wär's nur cool, wir würden noch hier Oh Das war nicht so gut Bist du sicher, dass du das wolltest? Ach, Mist, ey Na gut Kommt die nochmal? Erstmal nicht Nicht so smart hinterher zu rennen, ne? Die ist ja irgendwo Ah, wollte ich nicht Hilfe Die ist da irgendwo runtergeräst Ne, die ist erstmal weg Uh Ah, ne, ist ein Bot Das ist ein Bot Aber keine, mit dem ich sprechen kann, ne? Schade Aber die ist einfach weg Na gut Ich wollte eigentlich ursprünglich auch noch Hier Nicht durch die Gegend Ach, scheiße Yay Fünf von zehn Sehr gut Hoch Oh, das geht auf Das geht auf Dings Habe ich gar nicht gerealisiert Oh, da hinten ist einer Scheiße Sieht der mich? Nein Jetzt schon Nicht sicher, ob das klug war Okay, hier geht auf jeden Fall ein bisschen was Das Doppelding Das Doppelding brauchen wir jetzt auch gerade nicht mehr Jetzt haben wir auch dafür genug Munition So, dann trinken wir mal kurz hier auch wieder unseren Schluck Und noch einen So Ich habe ein Auto gehört Das ist er, der läuft Oh mein Gott Saufpack Okay Und wo überrascht mich der Dude gleich? Der ist doch hier Ich habe den doch gehört Hier war doch gerade einer vorbei Hat der kein Interesse jetzt mehr an mir? Oder was los? Oder Oder campt der jetzt Und wartet bis ich rauskomme Ist der aufs Dach? Wo ist der hin? Oder ist der weg? Scheiße Scheiße Ja Ich hätte auch meine Schrotplente nehmen sollen Ich hätte auch meine Schrotplente nehmen sollen Aber ist okay Ist in Ordnung Wir haben Wir haben alles Was wir eigentlich wollten Also was ich wollte Ich kann auch Ob ihr das wolltet Ich wollte das Ich bin zufrieden Wir haben den Greifarm schon so ein bisschen ausgetestet Der ist cool Wir haben die täglichen Aufträge fertig gemacht Das hier juckt nicht mehr Wöchentlich läuft mit der Zeit Ist auch nicht mehr viel Kriegen wir easy hin alles Sehr sehr gut Keine Also keine Aktuell keine Aufträge Die irgendwelche Probleme bereiten Dann haben wir mal einen kurzen Part Ist doch auch schön Ich bin nämlich schon zufrieden Ich hab so Das reicht mir schon für heute Mehr muss ich nicht haben Mehr muss ich nicht haben Alles gut Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und sage Tschüss